Auch Altintop kommt. Der 1. FC Kaiserslautern muss sich im Abstiegskampf völlig neu aufstellen. Michael Frunzek vertritt den erkrankten Trainer Jeff Strasser. Ein Rückkehrer soll die Tore schießen. Trainer Michael Frunzek und Stürmer Halil Altintop sollen den 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstieg in die 3. Liga retten. Die Rückkehr des langjährigen türkischen Nationalspielers machte der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga am Mittwochabend perfekt. Die Verpflichtung von Frunzek wurde am Donnerstag offiziell bestätigt. Er tritt sein Amt gemeinsam mit dem neuen Sportbedirektor Martin Bader an. Der FCK benötigt einen neuen Trainer, weil bei dem bisherigen Chefcoach Jeff Strasser Herzrhythmusstörungen infolge einer verschleppten Grippe festgestellt wurden. Der 43 Jahre alte Luxemburger musste vor einer Woche während der Halbzeitpause des Spiels bei Darmstadt 98 in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben des Vereins muss er deshalb 4 bis 6 Wochen pausieren. Seit Ende September 2017 Cheftrainer in Kaiserslautern, Jeff Strasser. Quelle, Jen Hübner-Demago. Frunzek gilt als Experte für den Abstiegskampf. Der 53 Jahre alte Ex-Nationalspieler trainierte bereits Alemannia Aachen, Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach sowie den FC St. Pauli. Der viermalige deutsche Meister aus Kaiserslautern hat als Tabellen 18. Bereits 10 Punkte Rückstand auf den Relegationsrang und nur noch 15 Spiele Zeit, um sich zu retten. Frunzek und Bader kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Hannover 96, Frunzek und Strasser spielten früher in Mönchengladbach zusammen. Strasser kann seinem Verein aktuell nicht helfen, weil Ärzte ihm eine Ruhepause verordneten. Das ist eine schwierige Situation für mich, sagte er. Ich würde am liebsten schon heute wieder trainieren, aber ich muss auf die Ärzte hören und akzeptieren, dass dies derzeit nicht vernünftig ist. Er werde vollständig genesen. Der FCK müsse jetzt die Interessen des Vereins wahren und eine zeitnahe Lösung für die Trainerposition finden, sagte Strasser. Auch Sportbedirektor Boris Nozon betonte, gerne hätten wir ihn möglichst schnell wieder als FCK-Trainer an der Linie gesehen, doch seine Gesundheit steht in diesem Fall natürlich über allem. Mit Altintup verpflichteten die Lauterer dafür unseren Wunschspieler für den Offensivbereich. Halil ist ein Vollblutfußballer, der in der vergangenen Saison noch in der Bundesliga gespielt hat, sagte Nozon. Der 35-Jährige spielte bereits von 2003 bis 2006 für den FCK und stand zuletzt bei Slavia Prag unter Vertrag. Er unterschrieb in der Pfalz einen Vertrag bis 2019, der auch für die dritte Liga gilt. Der FCK ist für mich eine Herzensangelegenheit, sagte Altintup. Das Spiel in Darmstadt wurde vor einer Woche beim Stand von 0.0 abgebrochen und wird am 21. Februar in voller Länge nachgeholt. Bei der 1-Doppelpunkt-3-Niederlage gegen Fortuna Dördorf betreute danach U23-Trainer Hans-Werner Mose das Team. Frontex soll nun am kommenden Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim Abstiegskampf-Konkurrenten Eintracht Braunschweig einsteigen.